Hallöchen Leute, ich weiß nicht genau was hier am Pier los ist. Soweit ich das mitbekommen habe, wird die Fußball-Saison eröffnet hier am Bratschow ab. Und da schauen wir uns mal ein bisschen was an. Es ist heute nicht all zu viel los bei dem schlechten Wetter hier. Auf dem Samstag ist auch der große Wochenmarkt hier. Alle laufen in Bratschuhab-Shirts rum. Das Event stimmt sich ein. Ich hoffe, dass da nicht wieder irgendwelche lizenzrechtlich geschützte Musik bei ist. Ich habe gerade mal kurz nachgefragt, wie die Saison wird eröffnet. Die wird ja am 24. eröffnet, aber die Mannschaft wird heute feierlich vorgestellt. Und ja, deswegen hier ein kleines Fest. Hier sind die Komplett Sponsoren aufgelistet. Und da wo wir schon mal hier sind, die beiden Jungs, die essen auch wieder auf gleiches Spießchen. Da wo wir schon mal hier sind, können wir uns auch hier mal, die sehen noch mal, ansehen. Ich habe natürlich herausgefunden, wo es kostenloses Essen gibt. Ich bekam auch was. Das scheint der Nachtisch zu sein. Ananas. Langsam kommt ein bisschen mehr Betrieb auf. Und im Hintergrund sieht man den Marks. Die übliche Gewühle am Samstag. Wir sehen ziemlich viele Touristen in Bracoa momentan. Die Strois-Ausbeute staubt immer wieder alles kostenlos ab. Die Strecke ist kreuz und quer durchs Beet. Ja, den Marc, den kennt ihr ja bereits und ich habe hier auch keine Lust drüber zu dackeln, sieht doch nach Regen aus. Machen uns lieber auf den Heimweg. Ja, die Leute in Pratschuhl haben sich schon Fußball verrückt und trotz des zu erwartenden Regens wird das Spektakel hier wohl planmäßig losgezogen. Ich will lieber trocken nach Hause kommen, Leute. Deshalb werde ich mich verabschieden. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut nehmen. Und morgen Abend geht es in den Vorrat.